Musik Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Lego Harry Potter Nur um mal was klarzustellen Leute, jedes mal wenn ich sage haut rein will ich nicht dass ihr in euren Bildschirm reinhaut oder sonst wem eine reinhaut Ich wollte nur auf Musik gehen und hey da haben wir gefunden was ich sucht haben Wo geht's da warte 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 es muss da hingeht Die Eulerei bitch geil die haben ja noch gar nicht gesehen ja man kann ja mal kurz hingehen Ui Nein Hör auf Dann streng mal den halt mal die Eulerei Yaaay Oh what the fuck Ein Schüler in Gefahr gerettet Was die... ja der war echt ein Traum Warum hat er? Der im... im Dingern Die Fergamentrolle Schüler in Gefahr gerettet Alle Hermini graues Kapuzenohrteil Gerettet Zeitumkehrer Oh lol Ich wollte das Geld da noch einsammeln das Geld What the fuck Noch mal ein Schüler in Gefahr Geld Boah Also ganz ehrlich ich scheiß auf das bisschen was du da einsammeln wolltest Die müssen da farbig nach unten Und bei mir hat's grad geklingelt Yaaay Ha ha Dass sie sie überhaupt tragen können das Ding ist ja so groß wie die Hey da ist das Geld sogar Gold'n Stein Yaaay Geil Gefällt mir Warte So 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 Okay es geht noch ein Stückchen What the fuck Lol Aufzug Ja Habt ihr Okay So Dude what the fuck Hm Tumut reicht ja wenn du eine Person das machst Oh okay Aber okay Das ist wieder so ein Film Ding Oh es gibt den goldenen äh Da ist er Ja Hol'n raus hol'n raus Hol'n raus Roter Stein roter Stein Weißt du das Hm Ich weiß immer wann roter Stein da ist wenn Herwig äh Hedwig Hier ist Ach Wenn Hedwig da ist Die holt dann immer die goldenen Steine Nein Herwig Goldener Steinfühler Oh Okay Kannst du die ganze Dinger Fürs Schloss dann später wenn du die ganzen Sachen sagen willst Ja klar What the What 30.000 mal in den Arsch geschoben ja gut mein Freund das nehmen wir das Wie hast du denn zum Niesen gebracht Ich hab hier das einfach aktiviert Und dann komm ich mal an Hm Ja hier einfach Die ganze Charakter Chip Hermine Auf Wurz Okay das war's dann glaube ich Nice jetzt kommen wir noch was ist in der realität ist nur ist die frage oder hinzukommen ich jetzt aber nur daraus dann nein ich will zurück in die realität bitch hat man ich will die ganze zeit in der vergangenheit rumrennen warte mal nein das ist ja das bild wir haben es jetzt hier in der vergangenheit okay jetzt können wir vielleicht in die zukunft danke aber die gegenwart mein freund er gegen wobei wir leben ja eigentlich immer in der vergangenheit wir leben zu viel in der vergangenheit denn das was das gehirn dann er verarbeiten muss das ist das gehirn ist nicht instant das hört sich zwar dämlich an aber das ist so weil du dämlich bist? das hört sich dämlich an weil du dämlich bist? nee warte mal kurz ja nicht drauf zu haben ist das ein Ei oder ähm ja und jetzt ja ja noch ne oh die hat da noch gefehlt cool vielleicht kriegen wir nochmal einen roten stein nee hätte ich auch nichts mit äh hatte ich auch nichts gegen obwohl wir eigentlich die zeit obwohl wir das eigentlich gar nicht erkunden wollten ja komm guck mal der ist ja immer noch da hm 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 das ist scharf voll das Arschverhalten boah er hat nochmal 30.000 in den Arsch geschoben und ne weiß box war da ein radio? ne radio läuft ruhe ein goldner stein ne mal auch mit 67 ja wir haben ungefähr ein viertel ein bisschen mehr schade dann machen wir jetzt mal wieder mit der story weiter ok jetzt haben wir euch lange genug damit aufgehalten eigentlich ja schon wir gehen uns zum nächsten teil der story wir sind jetzt beim 21. part und jetzt auch das letzte level für den dritten teil ja ich glaube es hätte eigentlich der 22. part sein müssen da wir aber glaube ich im ersten im ersten part haben oder irgendeinen haben wir noch zwei levels gezaukt so im Moment warum weil ich es kann zum level hieß es doch ja das ist aber auch nie passiert naja wo der dann sind wir erst kein level doch the heck der dunkle turm da haben wir uns eigentlich noch ein astronomie turm drin sagst du mal ja ja da ist gleich der junge will geküsst werden dann kann man vielleicht von hier hinten naja da müssen wir nachher hin die lampen diese ja Totenkopflampe da ist eingefroren da ist alles alter es ist alles eingefroren weil die dementoren da sind ja schon da müssen wir den ja gar nicht anmachen rutschdinger da hm ich freue mich was passiert wenn wir es trotzdem anmachen ich glaube nix ja wir können sie mal auspumpeln ganz weit rum da ist ein okay ist es noch schlimmer naja 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 das muss sich wieder springen ja das sache starke veränderungen hat es doch schon gegeben soos hier wieder haben sie gefunden 4 von 5 oder hab ich das schon angewallert oh ja ah ja ja wasser wenn hier alles eingefroren ist hä 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 okay geht 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 nein denke scheiße wir kommen nicht zum schüler in Gefahr wir kommen nicht zum Amsel in Distress er kriegt einen steifen hm was wer kriegt da Tá bred er ist ja auch du legst immer so ein kindisches war erhält in einem Tag das scheißegal die Zahl 10.000 und ich bin zufrieden und kann man doch weiter der erkennt da das sind 10.000 es übrigens nur deine Anzeige der 10.000 ich habe an 10.000 erholt hat voll gekämpft auch Kempel Kempel I was I supposed to know ich hab mal das nicht anballern mal gehauen achso deswegen nicht nochmal ein Tausender ah ok was ist das ein Wasserspeier? glaub schon wer hier drinne drin gehts aber wieder oder? ja ich glaube warum bist du schon wieder raus? ich bin nicht raus da bist du ich stand hier ich bin selbst ich war raus ja von uns seines raus hm kann auch ich gewesen sein was weiß ich ja guck mal schlange das ist doch mit jetzt alter hm alles ok nein button gemische FTW yeah kerze oh oh jump passage hol sie doch jetzt raus was denn hab ich bereit achso du hast das Ding gerade runtergeschmissen eh schief rüber oh ja komm wenn du dein Skill zeigen muss man ja ich meine ich meine you know na you know how it feels ähm ja bauen wir die Brücke fertig ok wir haben keinen Gnom hier Kobold äh Kobold natürlich also mich aber das mache ich auch da ist ein Zwerg aber Kobold steht ja auch schon in meinem Nachnamen als bitte nein ich heiße nicht Kobold als Nachname er braucht das nicht zu wissen und da ist der nächste Dementor da ist der nächste gleich drei Stück nenn halt mach'n 3-on-1 waaah ha gay er wollte mir einen Kuss geben kreeiiiitix die NOSCOPE nein ok ok 1080 die NOSCOPE da ist er wieder unser trickshatter was los ah ok ich muss maulern wir müssen wieder einen Trank brauen was du nicht sagst ich bin aber kein Braumeister muss auch nicht sein dafür ich hab den Topf gefunden äh ich mein den Kessel so weiter müssen wir ja nur das T-Shirt auch hochheben ja Lars ist fett falls ihr es noch nicht gewusst habt durch und durch genau so wie ich wir haben es einfach mit Fastball und die ganze Scheiße ihr kennt das hier als Gamer macht man ja nicht viel ja so ich weiß was das letzte ist unten von unten links alter noob hebe's hoch ach so wow Vandalismus ja so das ist Miss Pins guck die Bibliothek Ahrens und das Darstelle löse das böse Rätsel eh das schwere Rätsel Und dann haben wir uns den Stärkungstrang auch gleich gebraut. Den Stärkungstrang zum selber machen. Und da sind sie wieder die Dementoren. Nein, du sollst nicht mal. Danke, Dementor. Double kill. Ultra kill. Oh, da ist noch. Nice. Geld. Dann hätte ich auch noch Geld. Beim Baum. Der Ballbaum. Beim Einbaum hab ich gesagt. Der Ballbaum. Vielleicht hinterm Baum. Ich hab' da geholt. Ah, ich hab' da noch. Big Shotter. Okay, damit gehen wir hoch. Okay. 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 Und die Flager wieder anschießen. Weil wir so Patriotisten sind. Patrioten heißt das mein Freund. Ist der weiß? Das ist doch ein besonderer. Oho. Ja klar. Wieso fällt mir die Feuer spucken? Ich hab' mich voll kackeiern, ey. Geld ist Geld. Erstes Geld, dann der kommt. Ich glaub' ich hab' nicht warm. Mach' mir die Dinger kalt. Die Mentoren. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das bin' geschaut. Troffen. Ja, nee, das brauchen wir noch nicht. Ich mach' erst mal die Dinger kaputt. Wird ja gerne Die Spiele Geld, 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 Geld Pass aufs Geld auf Die Hunderter, die Hunderter Oh Ähm Der hat sich gerade Ich war Arschen Hat sich gerade ein Ding ins Gesicht gehauen Ja, schieß drauf Ja, weil das auch ja alles ein Und sie kommen Ja 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 War eine Möglichkeit Ich hätte ihn auszurechnen Ich weiß nicht Ja Yay Bombarder Die Tür ist uff Was ist denn hier? Arr 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 Er Arr 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 Mein Freund Ich bin immer noch der Meinung, die haben da überall Kameras in den ganzen Umkleidekabinen drinne Hauswaffen. Eins, zwei, eins, zwei, drei, aus. 89% nur. Mann, 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 war aber schlecht. Goldenstein haben wir immer bekommen. Lalalalalala, lalalala, lalalala. So. Hallöchen. Ich bin voll am Arsch. Naja, er muss abhauen, weil Larnbeerwolf ist. Er wird gerade seine Arme so gebrochen, wahrscheinlich. Ich. Hä? Ja. Den bekommt er eigentlich zu Weihnachten. Nicht am Ende des... Naja, aber es geht ja nach dem Film, also. Der Feuerblitz. Ja, alles klar. Ja, Lego Harry Potter, Jahre eins bis vier. Ja, drei haben wir. Was, John Burton? Wahrscheinlich ein Bruder von Tim Burton. Tim Burton. Wie oft haben wir das bitte gesagt? Keiner. Dreimal würde ich jetzt natürlich sagen. Naja, bei Lego Harry auch. Echt? Ja. Oh. Glaube ich zumindest. Yay, 32,3%. Wenn man denkt, wer mit 25 startet. Mhm. TT Games. Tü, 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 tü. Kaffee-Tau. Ah, immer schön. Ja, damit haben wir dann auch das dritte Jahr abgeschlossen. Buhu. Wir sind bereits in der vierten. Und tun dann auch den Top-Best. Glaube ich. Jupp. Naja, gut. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Haut rein. Ciao.